so schnell kommen das ist ganz schön das ist nichts und es sind nichts vorher verläuft man sich geil das ist nicht euer ernst super wie komme ich jetzt wieder zurück hier durch okay das sind die verdammenswölf muss gleich Probleme bekommen von Dabenswolf Bäm 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 Ungeschicklichkeit sehr schön Bäm Skelett Scheulichkeit Golem Na ja, Eka Das war doch bloß ein Secret Das ist bloß so schön, aber bringt mir nichts Bäm Bäm Gehen wir in die Tür Echt geil, ey Wann ist das die selbe Tür wie hier? So, jetzt sind wir wieder hier Ich geh mal in diese Tür rein, hier mal gucken Aaaaah Toll Leider mal neu laden, um kein Bock jetzt alles normal zu machen, ja Die ganzen lila Portale scheinen alle in die eine Tür zu gehen, ja Hm Aber hier hab ich ja noch nicht so genau geguckt, jetztse Mann Hier so ein Mauseloch Aber ich glaub, da komm ich auf der anderen Seite raus, hier Von der Wand Ich hab sogar langsam das Gefühl, hier kann ich gar nicht weiter, weil... ja, aus diesem Grund eben Ne, ich glaub wir können nicht gar nicht weiter, wenn mir noch die eine Fähigkeit fehlt Ich kann machen was ich will hier Das ist echt schwule, ey Da könnte ich rein wahrscheinlich dann... sprich, hier kann ich nichts mehr machen Hier unten will ich mal hin, massive Tür, Mauseloch, Mauseloch Irgendwo, Alchemielabor Hm Geistertür, Mauseloch, Alchemielabor Mauseloch Zweiter Mitteleingang Puh Eingang, Mauseloch Und Podest sind nichts Keine Lust jetzt hier stundenlang hier einen Weg zu suchen, ey Jetzt erstmal das letzte Level machen, ja, was noch übrisch ist Sprich das hier Mal gucken, was uns hier noch erwartet Dunkle Brut wahrscheinlich Das Level nennt sich dunkle Brut Mal sehen Juni Lass man erstmal die normalen Türen benutzen hier Naja, wird nie so schwer sein, nehme ich mal an Scheissen bis hin getroffen mehr neben die nicht bleiben das ist nicht Widerstärke Stärke gibt es wirklich am meisten zu finden Du bist viel Gold hier oder was es ist Das ist auch mich schon sehr an Max Payne so von dem Verschwimmen Vom her, wenn du was willst Alpha Das was mit Alphas machen Bam Wenn du den mal triffst Wow Oh ein Schuss So Weiter gehts Damit wollen die was reißen hier bei mir Da muss schon ein bisschen mehr kommen hier So, du kriegst mal ein Stehen gegen die Birne würde ich sagen Wow Wow Ziemlich cool mit dem Golem hier Und der Golem macht es wirklich leichter Wobei es selbst bei den Marken würde der Golem wahrscheinlich total abkacken Oh ja man, was ist das? Na, zwei Olox, naja Und ein Burgenschützer Wow, der ist ganz schön stark Stärker als die anderen Stärker als die anderen Bringt aber auch nichts Und tschüss So Schau, dass ich die Gegner nie luden kann Schau, dass ich die Gegner nie luden kann Jetzt aber So So Und tschüss Macht echt laulich, hier so durchzurennen, ey Was ist das hier? Kriegsschrei Na ja Hier muss man auch die Magie haben Sprich Feuer Und wieder zum Golem Golem ist wirklich meine Lieblingsfähigkeit bis jetzt hier Flammende dunkle Brut Mach mal mein Erdbeben noch Er lebt noch Jetzt nicht mehr So So Ich muss besser passen Ja nicht in diese Das Feuerhör zu rennen Also 100 klassischen Gründe ist der Stein Dämon Golem Bessel gesorgt Sehr anfällig gegen Feuerhör